Vorhang auf für die Frau, die nochmal durchstartet. So, reden wir jetzt über den Disney-Klassiker Winnie-Pooh, liebe Zuschauer, den kleinen süßen Bären, der verrückt nach Honig isst. So hier sieht er aus im aktuellen Film, der nächste Woche bei uns in die Kinos kommt, wie ein Winnie-Pooh eben so aussieht. Und jetzt schauen Sie sich mal bitte diesen Mann hier an. Hier ist er. Finden Sie, da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit? In China meint man ja. Tschüssi, die Kuh. Das ist Startschiff. Xi Jinping. Es tut mir leid. Und wegen dieser angeblichen Ähnlichkeit darf der neue Winnie-Pooh nicht gezeigt werden. Mal ehrlich, sehen Sie da so große Ähnlichkeiten? Puh, der Bär und der chinesische Präsident Xi Jinping. Die chinesische Zensurbehörde scheint mit Vergleichen dieser Art ein Problem zu haben. So etwas verspotte das höchste Amt des Landes. Und das wiederum sorgt weltweit im Internet für Hohn und Spott. Things ich maschinen. Was istỗist det, sehr Lumor muss auf- Mal ist? Dachs ngườiquarters sidden. Nicht vor. Untertitelung des ZDF, 2020